Hey, Leute, ich bin Alpha und willkommen bei einem neuen Format mit Wippeck. Was geht? Und zwar, Leute, haben wir hier beide eine Kiste, ja? Und in der Kiste sind 27 Lucky Blöcke. Okay, ich hol die Lucky Blöcke raus. Alles, so. Alter. Lucky Blöcke Mix, Lucky Blöcke Schild und Lucky Blöcke Plural. Alter, Alter, du weißt, es muss schnell gehen, ne? Oh, ja, 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 ja. Okay, okay. Was ist so, so was, so was wie Waschen oder so? So wie Wasch, Minecraft, Bad Wars, ja, ja. Okay, komm. Alter, guck mal rüber. Was? Lol. Was ist das? Das rote Illuminati-Schwert. Echt jetzt? Oha, ich hab die roten Illuminati-Schuhe. Bum, Alter, bumm. Okay, warte, wir greifen. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, ja, okay, ja, ja. Wir greifen uns doch nicht an. Erst gleich. Was? Wir müssen doch kämpfen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das hab ich schon vergessen. Alter. Ich hab dich getroffen. Hä, kämpfen wir schon? Nein. Okay, ich wär schon bereit, ne? Boah, hast du geile Änderperle? Jetzt bekomm ich so viele Emerald-Blöcke. Jetzt bekomm ich so viele Emerald-Blöcke. Ja, ich hab auch schon über 64 Stück. Aber die bringen jetzt leider nix mehr. Ja, ich weiß. Nein. Was ist passiert? Ich brinne Lava, aber ich brinne nicht. Schade. Jupp, klar. Okay, jetzt machen wir Lava weg. Der Apfel bekommt auch oft Scharn wegen dir oder so. Ja, ich hab gerade was auf dich geworfen. Hä, was hast du auf mich geworfen? Alter, was hast du auf mich geworfen? Tja, irgendwas. Was? Oh mein Gott. Was? Ich werde den ersten Kampf gewinnen. Ich glaube ich. Ich glaube ich. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee, wie ich dich besiegen kann. Nein, unmöglich. Nicht unmöglich. Bist du fertig? Nein, noch nicht. Ich schon. Nein, du wartest jetzt noch, okay? Soll ich warten? Ja, bitte. Wieso? Warte einfach noch ein bisschen, okay? Warte. Nein. Ich ziehe jetzt runter, dann geht's los. Nein, nein, warte. Ja? Wirklich. Warte wirklich. Zehn, acht, neun, drei, eins. Okay, ich bin bereit. Hä, wo bist du? Hä, ich dachte, du wirst direkt sterben. Hä? Zieh ab. Hä, ich krieg gar keinen Schaden, ne? Echt jetzt? Komm her. Gib du. Komm. Fals. Ja. Eins ab. Okay, jetzt steht's 1-0 für dich. Alter, hä? Wieso bin ich so schnell gestorben? Meine Barsuche. Ey, okay, weiter geht's. Los. Liste Lucky Blöcke. Kommt her, Alter. Loll, was sind das für welche? Einmal die Galaxy Lucky Blöcke, die Waddle und die Cookie. Alter. Oh, ich hab die wieder mitbekommen. Echt jetzt? Komm schon, Galaxy Bau. Enttäusch mich nicht. Bitte. Ich will unbedingt Galaxy Gas. Ja, ich hab's. Oh mein Gott. Echt jetzt? Ich werde dich damit sogar easy töten können. Loll, Zombie. Ich helf dir. Mach's tot. Mach's tot. Danke. Geh's weg. Alter. Lucky Block Random. Gib mir gute Sachen. Was? Oh, der Brustpanzer, der Lucky Block Random. Kennst du die nicht? Nein, ich bekomme nur Spitzsacken, Mann. Was ist das für ein schlechtes Schwert? Hä? Ich hab doch gar keine Waffe. Das sind 1200 Integger, Mensch. Lord, was ist das da? Hä? Was hast du denn gespawnt? Ach, ich glaube, ich kann einfach nur diese Goldblöcke abbauen. Aber ich brauche die nicht. Oh. Ein Schwert mit 2500 Integger, Mensch. Ah, ich hab noch Cookie Lucky Block. Okay. Kommt her. So. Oh, nice. Das ist auf jeden Fall gut. Aber die brauche ich, glaube ich, nicht. Hä? Was ist das denn? Augen. Hä? Hey, guck mal rüber. Was? Leute. Hey, was hab ich für Augen? Alter, was ist da los bei dir? Hey, wie lustig. Hab ich noch nie aus dem Lucky Block gezogen. Alter, ich auch nicht. Ich krieg ein OP-Schwert, glaube ich. Oder OP-Rüstung. Ja. Alter, komm her, komm her. Boom. Und. Wow. Ein Cookie. Was? Okay, noch ein Drop. Komm. Dann machen wir noch zwei andere auf. Okay, noch nicht. So. Okay, dann kommt jetzt einer. Und. Hey, ich hab Rüstung angezogen. Es verändert sich nichts. Ich hab Rüstung angezogen. Das ist Back. Warum, Alter? Hey, wie? Die Rüstung wird nicht angezeigt. Nein, Newt. Newt. Yes. Ja, meine Güte, ey. Ich hab ein Schwert. Hast du auch Gift? Ja, Mann. Ich geb uns kurz ne Milch. Dann ist das Gift wenigstens weg. Ja. Trink. Trink. Und. Zack. Okay. Bist du bereit? Warte. Warte. Okay, wo ist das? Hier. Jetzt will ich das unbedingt testen. Komm her. Okay, ich bin bereit. Okay, go. Eins ab. Wir sind einfach beide gestorben. Aber ich hab's geworfen. Deswegen würde ich sagen, krieg ich den Kill. Was? Warte, warte. Da steht Alpholstein Fell out the world. Hallo, aber guck mal. Alter, du bist als Erd. Du bist als Erd. Ich hab das Alpholstein gestorben. Es steht eins zu eins. Okay, ja, ja. Ist gut. Komm, ja. Hey. Okay. Jetzt haben wir nur Lucky Block, Shade. Und dir. Los, Shade. Ne, nicht nur. Und dir, Ross, Lucky Block. Das sind diese Hose. Ja. Alter. Los geht's? Alter, bei Shade. Ja, natürlich. Ach so. Oh. Bau, Alter. Speed Opening. Alter. Hä? Dream Cake. Was ist das? Alter. Was? Ach, diesen Kuchen. Die hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video. Was soll Kuchen? Alter. Ich hab grad so viele Herzen. Ich werd das auf jeden Fall gewinnen. Ist das, wo alles voll ist? Ja. Ich seh nix mehr. Alter. Alter. Bin ich doof? Egal, ich hab überlebt. Ey. Gibt das. Was? Alter. Alter, Junge. Ich hab so viele Herzen. Ich seh so gut. Ich hab gar nix mehr. Ich kann keine Kiste mehr öffnen. Hä, wieso? Ich komm nicht mit den Vitar. Ich hab den Bug. Schon wie, ne? Ja. Hä, kannst du ja gar nicht sterben. Ja. Glaube ich. Ja, wow. Was ist jetzt? Dann kann ich ja nur verlieren. Ich weiß nicht. Sollen wir jetzt einfach so battlen? Ja, komm. Ich hab nicht meine Waffe. Ich auch nicht. Ja, komm. Schlag mich. Komm. Ich seh gar nix. Und brenn die ganze Zeit. Echt jetzt? Ja, tu doch auch. Wow. Alter. Du kannst gar nicht. Oh. Wie? Oh. Was hast du von deinem Nutzen? Ey, dieses Block Magic oder so. Okay, weiter geht's. So. Nächste Lucky Blocke. Ja. Lucky Block Weaver und Lucky Block Plura. Das heißt, jetzt kannst du dir richtig krasses Battle geben. Komm her. Alter, ich sauf was. Hä? Wie kriegst du das Schwert da raus? Wie? Hey, das ist ein Waymoonschwert. Was? Ich hab's bekommen. Was ist hier passiert? Alter. Alter. Alter, ich hab den Nuke. Nicht benutzen. Warum nicht? Ach du Kacke. Ich hab diese ganzen Orbs. Und ich kann die Namen nicht lesen. Furious Orb. XY Orb. Das ist gar nicht gut. Jumping Orb. Da, der Gift. Der ist weg. Haste Orb. Haste Orb. Water Orb. Hä? Was ist das? Healing Orb. Okay. Alter, was hab ich für richtig viele Orbs. Nein. Komm her, was ich hab. Ich bin der Lava. Guck mal. Guck mal. Nicht benutzen, Alter. Oh Mann. Das geht ja alles kaputt. Kein Bock darauf. Nein. Hey, wow. Was hast du? Puh, ich kill dir und ich krieg Gott-Äpfel. Echt jetzt? OP-Äpfel sogar. LOL. Aber das sind Standard-Minecraft-Äpfel. Die sind langweilig. LOL. Chaos-Bogen. Wie cool ist der denn? Ey, er rennt den Kuh. Okay, hab den gekillt. Hä? Warte mal. Ich hab wieder so ein Po... Ach, da oben spawnen doch... Warte, da oben. Was ist da? Ey, komm schon. Da oben spawnen immer krasse Potions, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Hä? Hier ist aber kein... Hä, wo sind die? Ah, da. Slow-Unlucky-Potion. Okay, benutze ich nicht. Nur gegen dich. Was? Ja, jetzt kommt der Flur-Unlucky-Blanc. Come on. Eine Bazooka. Boom. Hey, wie geht's da für eine Bazooka? Woher? Hallo? Boah, ich dachte, jetzt liegt alles kaputt. Die Kühe fliegen hoch. Was? Ja, guck doch. Hä? Da oben. LOL. Die gehen in den Himmel. Wie geht das? Ich glaub, das ist eine heilige Kühe. Egal, tschüss, Kühe. Ah, ich seh die gar nicht mehr. Komm, Plural-Unlucky-Blanc. Oh. Oh, Pärchen. Komm schon. Was hast du? Was hast du? Wo ist es? Hey, es kommt kein... Doch, doch. Oh mein Gott. Plural-Jazz-Blanc. Was? Was hast du bekommen? Okay, ich wollte nicht... Ich hab die Plural-Jazz-Blanc. Ich wollte nicht eigentlich schon angreifen gehen, aber... Ich öffne die erst alle... Ja, okay, okay. Hä? Alter. Okay. Ich bin bereit, übrigens bald, gell? Wie sieht's mit dir aus? Nein, noch nicht. Ey, jetzt fliege ich die ganze Zeit hoch. Was? Mann, wegen dir. Hä? Lol. Ich kann nicht mehr runter. Hä? Wieso wegen mir? Ja, du hast irgendeine Rüstung oder so. Äh, keine Ahnung. Dann lass kämpfen. Ja, wie denn? Hä? Greif mich doch an. Ja, wie? Ich schieß nicht mehr Bogen ab. Warte, ich geh kurz in den Gelbhut. Wow. Sogar in den Gelbhut kann ich nicht runter. Dann geb ich mir wenigstens Enderperlen. Enderperlen, ey. Ich hab mir Enderperlen gecheatet, damit ich wenigstens noch runter kann. Aber es ist auch voll schwer. Alter, ich hab eh verloren. Alter, das ist letztendlich dieses Blitzen. Äh, Pechgard, wo bist du? Komm, greif mich an. Ich seh dich gar nicht. Hey, ich seh dich auch nicht. Alter, hä? Greif mich nicht? Lol, ich glaub ja. Das hör mal schmier ab. Was passiert hier? Lol. Hä, was ist? Ich bin gestorben, Alter. Alter, ab. Du hast mich umgebracht. Hä, wie? Hey, ich hab so einen Effekt. Ich werde einfach nach hinten verschoben. Ich fall automatisch runter. Hä, Alter. Was war das für mir? Alter, ich will sagen, was wird dir wieder? Das Like, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss. Ciao. Ciao.